1500 Meter Lauf! Entscheidung! Fertig! Der Engländer Korns führt. Zweiter Beckerli Italien, dritter Böttcher Deutschland. Nü Schweden und der schwarze Edwards Kanada auf gleicher Höhe. Dahinter der deutsche Meister Schaumburg. Korns führt immer noch, aber jetzt geht Böttcher vor. Geht vorbei an Beckerli, vorbei an Korns, führt. Schaumburg rückt auf den vierten Platz, hinter Beckerli. Die zweite Runde. Korns ist wieder vorn. Aus der Mitte stößt der Amerikaner Cunningham vor. Geht an, Schweden nie vorbei. Greift die Spitzengruppe an. Auf gleicher Höhe mit Böttcher und Beckerli. Gefolgt von Lovelock. Gansing schwarz. Cunningham liegt neben Korns. Jetzt an der Spitze. Außen kommt Schaumburg. Legt sich auf den zweiten Platz vor. Lovelock. Cunningham, Schaumburg, Lovelock, Beckerli. Da kommt der Schweden nie. Passiert Korns und Böttcher. Vorbei an Beckerli. Auf gleicher Höhe mit Lovelock und Schaumburg. Auf den zweiten Platz. Noch zwei Runden. Königham, New, Lovelock, Beckerli, Schaumburg. New greift den Amerikaner an. Weicht, Volk, Lovelock. Nie steigert, aber der Amerikaner hält stand. Cunningham und Nie auf gleicher Höhe. Der Schwede erkämpft sich die Spitze. Dicht gefolgt von Cunningham und Lovelock. Die letzte Runde wird eingeläutet. Nie führt vor Cunningham und Lovelock. Lovelock beginnt mit dem Stuhl. Schon vorbei, aber Amerikaner greift den Schweden an. Vorbei! Cunningham folgt. Auch Beckerli passiert den abgekämpften Nie. Lovelock, Cunningham, Beckerli. In der Kurve holt der Amerikaner auf. Aber Lovelock steigert. Beckerli kämpft und kämpft. Aber Lovelock ist in der Fall und seines Lebens unaufhaltbar. Weltrekord. Weltrekord. Erster, Lovelock, Neuseeland. In der Weltrekordzeit von 3,47,8. Zweiter, Cunningham, USA. Dritter, Beckerli, Italien. www.frouderfest.com Untertitelung des ZDF, 2020